Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Batman Arkham Dingensdorf Ja Kirche können wir später gehen das ist Storycremes Dann werden wir Black Mask mal bruseln da vor allem hier aufbauen Angeblich hier ne? Dann haben wir drunter sein Oder so Ich bin ja richtig hier ne? Hey wo ist es denn? Ist wieder so gut versteckt was? Obendrauf? Ne auch nicht Da gehen auf jeden Fall irgendwelche Leitungen hin Aha Buenas noches Also muss ich erstmal anschalten Kann mit Hilfe der Schockhandschuhe repariert werden aber hä? Habe ich schon Hä? Dann bin ich hier falsch Eigenartisch Ist doch nicht da unten Parkbau Da ist denn irgendein Auto Hä? Also Symbol zeigt genau Oh Gott Leck mich doch am Zücken hier ey Fies Richtig fies Was will er denn da war ich doch schon Ist immer ganz seltsam wie er einen immer dann umleitet hier im Menü Oh ja This is this one Wetten die merken das da unten? Ah natürlich Nein Aber I don't give a fuck So Wir machen hier einmal die Runde Man gibt's hier die Waffen natürlich mit der Zeit Man gibt's hier keine Waffen natürlich mit der Zeit Ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Egal Ich will doch nur Collecten Ich hab Schnee im Hause 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 Das ist der laziest Shit überhaupt Alter ich glaub's ja nicht Was ist denn los? Na gut Entwicklungsprobleme waren da Waren los aber gut Noch so n Ding Augenringe ey Man Äh Haben wir ja Das war ein nicer Turm Haben wir ja erledigt Ah ja Was muss ich tun? Ich muss glaub ich so schnell wie möglich dann rennen oder? Die waren auch schon mal besser So da auf keinen Fall hin Das ist nämlich Main Shit Main Story Sheet So Ach du gehst mal auf den Keks Du bist jetzt mal weg Die nächste geht jetzt mal hin Das habe ich schon gemacht Da bin ich mir sicher Dann wird's irgendwo unten sein Wo ist Bert? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Es ist ein entscheidender Moment Wo ist Bert? Wo ist Larry Bert? Der berühmte Na gut Es ist nur Du denkst du er wird noch viele Freiwillige für Versuche nehmen? Ich weiß es nicht Viel Glück mi hermano Hoffentlich Mi hermano Mi Mi hermano Es wird eine Ehe S-seiner Es wird seine Zwecke zu opfern Angeblich bin ich hier genau auf der Höhe Verdammte Stadt Aber damit ist doch nicht das gemeint Oder? No Kann doch gar nicht Wo ist es? Wo? Wat is it? was ist es wirklich jetzt hier war hier kann man nicht rein das würde einem ja angezeigt werden ich bin ungeduldig, wie lange bist du mir noch noch... du kennst die antwort mann, was soll denn das gehen wir da noch mal runter, ganz runter da ist ja jemand da ist ein scharfschütze einfach hinter der garage ach der gehört zum main team hier ich werde ungeduldig, wie lange musst du mir noch warten ja was glaubst du bis es mir geht du kennst die antwort da habe ich eins aufgemacht, da erinnere ich mich auch noch dran es ist wirklich hier auf der höhe ich werde ungeduldig, wie, wann, wo im untergrund wird es doch nicht sein, oder? was ist im untergrund, hier ist doch gar nichts ich werde ungeduldig, wie lange musst du mir noch warten du kennst die antwort das ist ärgerlich, wo befinde ich mich wer ist die gegend hier parkrow dann gucken wir mal kurz origins parkrow datapacks ok dann gucken wir mal werbung bla boah in der zeit gucken wir selber dass wir das finden können das sieht nach irgendwas story mäßigem aus so ein Tür versteckt sich nicht einfach so in der garage ist nicht so, gleich haben wir es ich werde ungeduldig wie lange müssen wir noch warten du kennst die antwort ok sind wir hier achso, haben wir auch schon ja es ist doch nur parkrow ne ok gut parkrow ist tatsächlich nicht sehr gut sind wir denn hier ich muss mich jetzt hier erstmal orientieren sorry das macht einen guten eindruck ähm nope auch nett ok das ist drin toll gerichtsgebäude müssen wir auch noch ein kirche was auch immer wenn wir uns hier ein bisschen durcheinander habe ich den eindruck ja im sorry leute ah was mutt was mutt wir müssen den natürlich mitnehmen oh das sieht gut aus ja das scheint wirklich im untergrund zu sein ja das scheint wirklich im untergrund zu sein ihr Mistkerle ey ich wusste das das ist doch keine Sau ey hier müssen wir rein wo ist Bernd soll er nicht hier unten sein und helfen es ist ein entscheidender Moment Bane hat ihm andere Befehle gegeben kümmere dich um die Befehle wer weiß dass ihr würdig seid nimm ihn doch was machst du denn jetzt her Digga warum ich drück auf Linksteuerung und jetzt so das Signal das ich gesehen habe kam irgendwo aus Richtung dieses Tunnels oh oh wir machen das mal wirklich als letztes ok hier hallo ey wie nervig ist das wenn ich da einmal reingehe komme ich nicht mehr zurück ich wollte doch Dingens zum Schluss haben naja machen wir dann auch zum Schluss naja machen wir dann auch zum Schluss wie sie kann man Feuer legen dann kommt nur die Feuerwehr äh naja das wird nicht reichen eine Geisel leben erst verstecken sie ich glaube da muss man hier fern gestalten mit Rangeln den ganzen ah scheiße Achtung verziehbare Einheiten und wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet warte noch auf den frechsten Tatort so so dann machen wir mal ganz schnell du schreien du ne ne du ne du ne du ne du ne du ne die Runde machen ne Pass dir nicht auf verliert er sich selbst ich wollte hier so die Runde machen er machte schon wieder maaaam es tut mir leid ok es tut mir doch leid wer bist du denn Hilfe lol ich dachte ich wäre euch ein für allemal losgeworden ich dachte ich wäre euch endgültig losgeworden Aua Digga je mehr langsamer auf den Cyger sind die irgendwie härter geworden Aua so jetzt geht es aufs Maul ich bin ultra effektiv gegen ihn was war das jetzt für eine Aktion hier ich habe keine Ahnung warum du mich gerettet hast aber ich verziehe mich das war nur ein Verbrechen toll ich dachte jetzt kommt so Story Mist hier irgendwas wo ist es wo ist es wo ist es Was fällt hier ein? Chronik... Safe, das ist das gar nicht. Das ist das gar nicht. Hier ist immer noch ein Dinges. Da ist es! Mein Gott, hast du dich versteckt. Und es ist genau die gleiche Art von, ey. Ey, das macht so Bock, ey. Dilemma. Komm schon. Das Schweigen der Dilemmas. So, da ist noch eins. Anscheinend. Ist das im Turm oder nur außen? Ich hoffe mal nur außen. Wer? Leicester ist tot. Who the fuck is Leicester, man? Mir ist bewusst, dass du kein Grund hast, hier zu sein, oder? Schnell. Geht davon, kleine Fledermaus. Wo ist es? Was ist es? Okay, es ist auf der anderen Seite auf jeden Fall. Aber wie, wo? Aber wie, wo? Ne. Lass mal. Hier? Hier? Ey, Junge, ey. Ist nicht versteckt hier, ey. Hier? I don't get it, man. I don't fucking get it. Leute, bitte. Jetzt werden sie ja irgendwie kompliziert. Ich weiß auch nicht. Muss ich irgendwie da hoch, vielleicht? Das hatten wir ja schon mal. Oh, richtig, Alter. Hier vielleicht. Ich schnapp sie dir. Ich schnapp sie dir. Ich schnapp sie dir, Fiege. Digga, warum macht der denn nicht richtig? Da ist es. Oh. Sehr gut. Ich wusste es. Ey, Mann. Warum sind hier nur bewaffnete Vollidioten? Die Stadt wird immer gefährlicher. Mein Gott. Geil. Was bringt mir das hier? Was bringt mir das? Ach so. Hab ich jetzt hier aufgemacht, ne? Zurückentlastung. So. Next one. Yo. Ich will doch nur da hoch. Ist das hier das Royal Hotel? Ne, oder? Digga. Was für zurück. Habt ihr mich je gesehen? Da unten. Das sieht etwas komplexer aus. Der Plan. Oh shit. Wartet mal. Links. Rechts. Unten. Das müsste doch, glaube ich, ganz gut gehen. Piep. 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 Hehehe. Heere. So. Ähm. Da. Das ist belastend aller. Wie komme ich hier wieder raus? Komm schon. Oberflächlich nicht mehr viele. Wir haben es bald. Man kann sie auch insgesamt, denke ich, bald langsam von der Hand abzählen. Okay. Dann geht es weg. Oh, das ist wieder aufgekla드�. Apparently, das ist ein R.5 wird. Bloß. Ich finde leise. Ich fiel. Ich fiel. Ich fiel. Nur du und ich Nur du und ich Nur du und ich Ein Trio Infernales So Fängesteuert Sieht da noch aus Wow Achso Damit ich da rein sliden kann Stufenaufstieg, gefällt mir auch Also das für den Kühlkörper, das unterbreche Es gibt einen Kühlkörper Wärmebild Infrarot, das ist natürlich auch sehr praktisch Ist jetzt schneller, mach dich für kürzere Zeit angreifbar Ja Definitiv Definitiv das Beste Das hat mich ja immer getriggert, dass der Jahre da verbraucht Versuchbare Einheiten, Statusmeldungen bitte Ne Maul 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 Was ist das jetzt hier? Gott Das sieht gruselig aus Von welcher Seite muss ich da hin? Nein Ich darf dich nicht berühren, ne Und So Da unten Es ist echt Hier ist noch so gewisser sehr fette Haufen Aber dann Nur noch die Gebäude und dann Was ist das eigentlich mit den Rätseln? Wie heftig ist das denn Leute? Das ist ja mal richtig Skroll Was klingt denn hier überhaupt ab? Aha Aha Ich würde sagen Ich würde sagen Dann machen wir die noch alle an der Oberfläche An der Oberfläche, ne? Diese Folge Und die westlichen machen wir dann morgen an der letzten Dann Und ja Vielleicht machen wir auch die In den Gebäuden machen wir das auch noch heute Mal gucken, je nachdem wie ich Bock hab Hasta la vista Hasta la vista Das ist dann also da runter Ja Let's go Boah Wann wisst ihr was das schöne ist Nachdem ich diese let's place gemacht habe Habe ich ja in allen Spielen den Ultimativen 100% Run zumindest Was die Rätsel angeht Ähm Dann wenn ich die immer immer replay Ich glaube ich würde mich nie wieder Für die Riddler Rätsel interessieren Und dann kann ich richtig schön auch einfach nur Story und Geschichten und Shit und so Enjoy Wo ballerst du hin? Hier! Er ist direkt hier vorne! Was ist mit dem hier eigentlich? Stellst du dich tot Oder bist du nur so? Was wollte ich hier eigentlich gucken? Hier müsste auch irgendwo eins sein, ne? Wahrscheinlich im Untergrund, ne? Wahrscheinlich im Untergrund, ne? Wahrscheinlich im Untergrund, verdammte Scheiße So Jetzt aber Am Maul Super Man kann schon beim Besten Da bin ich irgendwo raus gekommen, seltsamerweise Achso, weil ich mich treffe, deswegen Was? Stirb doch einfach So, natürlich nicht Wer hat mich betötet ja mich Hä? Wo zeig denn der Zeiger hin? Der Zeiger zeigt mir genau Da hin Das sind Waffen Irgendwas muss dann also hier unten sein Ach du Kacke, ich sehe es Glaube ich, ja Wie mache ich das? Hallo, wo bist du? Du bist auf irgendwo angeschlossen Oh ey, wer baut denn sowas ey Hütchenspiel Hütchenspiel Ja, das passt zu dir, oder? Da hinten ist auch wieder irgendein Scheiß Ich wollte doch Kampf ausschalten machen, aber da war gegen zu schnell Was für ein paar Spasti genannt Wir werden immer frecher heutzutage, ne? Was ist denn hier eigentlich jetzt? Hier Hier Für eigentlich? Na, ich werde es gleich sehen Erstmal muss ich das Dach hier von diesen Halunken befreuen Das kann nicht sein Das ist Das ist Das ist Der Cabin Cabin So, Maul Bauch, Bob, da gibt es auch nochmal, Gartes Ne Alter, geht mir das auf den Senk, wir wissen Ich kann auch im Hutladen auch nochmal reingucken, na, ne? Mach ich vielleicht auch nochmal So, aber jetzt nochmal Da unten war ja so ein Dingens Schalter Aber wofür? Hier Ah, okay Wie wärs mal, wenn ich einfach mal der Spur folge Verpiss dich, Geschenke Okay Ein Kumpel hat mir gezeigt, wie man Geldautomaten klickt Mal sehen, ob ich's noch drauf hab Auf meinem Wunschzettel steht nur Cola Oh, das klingt echt klar Häh? Ich hab meine PIN vergessen Dann muss ich wohl Improvisieren Ich geh trotzdem noch Was? Nicht von einem anderen Seite Ja, das bräuchte ist nur Waffen von Pigweed zu kaufen Auf meinem Wunschzettel steht nur Cola Auf meinem Wunschzettel steht nur Cola Alles klar Ich hab meine PIN vergessen Dann muss ich wohl Improvisieren Das ist, das ist wirklich tricky Halt dein Maul Halt dein Maul So Hier müssen die jeweils hin Ja Es klappt, ich wollte es nur demonstrieren Ich kann so ausrasten, ne? Ich kann so ausrasten Ich aber nicht, weil ich ein Gentleman bin So, please Peace So, geil Das war Das Appreciate ich Sagen wir mal so Jetzt muss ich wieder da hochsafen Irgendwie Ja Ich sehe es Wo ist hier der heiße Freund? Ach, die Kacke Ich nehme es denn da hoch Ne, da hinten ist zu weit, ne? Da hinten ist viel zu weit Ach, du kacke Jetzt geht auch nur im Rollladen hoch, ey Ja, 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 ja... Nein, 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 nein Scheisse Was ist das hier seitdem ich hier Rollladen oben, ey? Ich könnte ausrasten. Hm, die komme ich da am besten hoch. Kann ich den irgendwo hergreifen? Ich glaube nicht, ne? Das muss man uns warten. Die in dieser Gegend sind irgendwie besonders nasty, habe ich den Eindruck. Wie komme ich hier hoch? Kannst du auch da oben versuchen? Oh shit. Ich brauche hier einen hohen Punkt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Stelle, die könnte schon echt nicht schlecht sein hier. Das ist halt echt. Junge. Was ist hier der höchstmögliche Punkt? Vielleicht da oben? Oh, da komme ich nicht hoch, oder? Ich glaube. Wow. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich gebe es mir Riii. Aber das ist auch nicht schlecht, glaube ich. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Jawoll. Ah. So. Alter, sind hier viele auf einem Fleck, ey. Das ist die Industrie, ne? Da. Blup. Wo ist es? Hier. So. Was muss man machen? Hier. Wie geht es denn? Hier. Hier. Was habe ich gemacht? Egal. Shiva, ja, kennt man. Let's go. Was geht hier ab? Ach, da muss man rein. Hammer. Wow. Dann hier, das scheint... Scheint unten zu sein. Japp. Ich glaub's euch. So, ein bisschen Action darf das schon auch mal sein, ne? Wir wollen ja nicht die Hirnmuskeln zu sehr strapazieren, und das darf es auch einfach mal wieder, der einfache Instinkt, der darf auch mal wieder befriedigt werden. Ja, wo kommt ihr denn hier? Wir kommen ja auch vom Arsch, Karel. Okay, das ist die Verstärkung, die es leider nicht rechtzeitig geschafft hat. So. Jetzt darf ich doch, oder? Danke. Oh nein, wie geht das nur? Ich bin ja völlig überfragt. Ja, schön, Koppel-Bot. Juckt. Angeblich hier. Ich weiß schon, dass es da unten ist. Ich geh doch einfach runter. Aha. Man kennt sie. Jetzt wird gehaggert. Gehaggert wird. Triumphierung. Triumphiere. Okay, mag er nicht. Mag er auch nicht. Trickbetrug. Ja, ist mag er. So, was nehmen wir denn als nächstes? Mein Gott. Gehaggert wird. Ich weiß, es muss hier nur sein. Okay. Ah. I get it. Seilrutscher. Wenn wir jetzt mal aufbreken hier. Breakman. So, danke. Dann haben wir hier auch noch was. Aber eher so in der Richtung. Moin. Alter, wie viele bewaffnete sind hier? Das ist halt echt nicht mehr normal hier. So. So. Warne. Ähm. Was wollte ich noch? Ja, gab es hier unten. Aha. So. Das heißt, es ist wieder ganz schnell wahrscheinlich. Ach nee, ich muss mir das angucken. Eins. Drei. Vier. Okay. Ja. Mal einfach nur hinschauen. So. Der da. Der da. Der da. So. Grandios. Dann nur noch zwei. Das machen wir ganz zum Schluss. Wenn wir da. Das geht halt in Underground. Dann machen wir das. Sheldon Park. Da müssen wir hin. Wir müssen in Merchants Bank. Wir müssen in. Gucken in den Hutladen vorbei. Und ins Gerichtsgebäude. Ja. Das war es dann. Dann haben wir noch Burp Quiz. Dann haben wir noch Alitz. Ja. Ich freue mich drauf. Ach shit. Das ist ja auch noch da. Nicht vergessen. So. Dann müssen wir halt hier rein. Denk ich mal. Der Pfeil wird ja leider nicht rein zeigen. So wie ich das kenne. Oh shit. I can't believe you've done this. Und da. Hm. Nee. Nope. Nee. Oder ist das auch drin? Das ist drin. Scheiße. Woher bin ich denn da rein? Toll. Doch daneben. Hä? Ist das oben? Bitte nicht. Alle Einheiten. Wenn sie stehen stehen sind. Melden Sie sich bitte. Hä? Was kannst du eigentlich mehr? Digga. Also manchmal. Au. Ich wusste gar nicht, dass man die jemals da hoch kann. Jetzt weiß ich's. Die einzige Stelle, wo man überhaupt je hoch kann. Dankeschön. Gut. Ja easy. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle. Machen wir Schluss. Dann haben wir noch hier das Gebäude. Die Quest. Und ja. Machen wir das Enigma-Zentrum. Und eventuell, je nachdem wie's aussieht, kann es gut sein, dass wir in der nächsten Folge die Hauptquests abschließen, ne? Je nachdem. Wie auch immer. Ach ja, und die Gebäude natürlich. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Sheldon Park und all das. Wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye. Bye. Bye.